Jo, hallo und herzlich willkommen, ich bin's wieder, euer TomTV und willkommen zu einem neuen Vlog. Wir sind hier heute beim Dreh von Detox The Vengeance in der Beschreibung verlinkt. Jack von Craig ist auch hier, den werdet ihr trotzdem nicht sehen, ja moin. Ich sag einfach mal, viel Spaß beim heutigen Vlog, ich werde ein bisschen was aufnehmen. Auf geht's Leute, yo! Ich würde sagen, erst mal Prost, ne, auf dem Dreh, hier. Prost. Prost. Ich gehe mal kurz zum Pusher. Prost. Prost. Erstmal hier, so. Prost. Ich darf doch keiner wegwerfen, ey. Weg damit. Hau da rein. Bonbon glaubt nicht. Nein, ich mach dem noch nicht. Ich glaub nicht. Das sind die Fassel. Ey, das sind die... Das sind die... Das sind die... Corona? Ja, zwei. Ich auch. Ich davon hab ich leider noch keins. Prost. Ich nicht. Mein Bier ist weg. Prost. 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 Ich bin nicht so schlau, nur ein wenig eloquent Doch eh ich mich verseh sitz ich in dem Mercedes-Benz Ich fahre dicke Autos, auch mal die mit die S- Ich bin nicht so schlau, nur ein wenig eloquent Doch eh ich mich versäß, ich in dem Mercedes-Benz Ich fahre dicke Autos, auch mal die mit die S- Ich will doch heute nicht mehr und ich groß mein Halfway, damit das K 거야 entführen und der Teuchel dreht dich vorne und Prost nach vorne und mir Aho Ich hab' die Kopie, sich auf die Kaptitze, nicht Ich weiß nicht, dass sie mal hier's bewussten hat, was sie auch nicht macht, dass meine Freunde haben seitdem schon wieder Schluss gemacht. Ja, wir haben uns an ihm sogar. Die beiden sind an ihm sogar. Unternehmer Floh. Darauf haben wir mich da immer gefreut. So Leute, Videodreh jetzt. So Leute, Videodreh von Lithos pro Sekund. Alle am Start hier, Alter. Für Lucifer. Lucifer. Sekund. 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 Ist das für den Tag? Nein. Ich bin noch. 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 Ex oder Kölner? Ich schmuggel mal hier ne Handyhülle zwischen. Los hinein. Aus. Ich hoff der... Nein! Warte, warte, warte. Was hab ich so getan? Kannst du da dran springen? 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 Kannst du da drunter fliegen? Ich will einfach das Foto machen. Ich mag alles was anfasst, ist blau. Was denn auch Grunde genommen von den Aufnahmen, die ich noch hatte? Also mehr hatte ich nicht gemacht. Ich hoffe euch hat der kleine Vlog vom Videodreh gefallen. Dann sag ich euch einfach mal haut rein. Das war wieder euer TorbTV. Und tschüss.